wann ich live bin oder nicht. Verstanden, aber ich kriege jetzt schon den Hinweis, dass du Livestream schaltest. Okay. Ich habe ihn noch nicht. Das ist immer witzig. Was du denn schon hast? Bei mir steht Meeting streamt jetzt live auf Facebook. Ich schätze mal, die YouTube sind live. Gut, dann sind wir mal live. Dann klicke ich jetzt hier noch einmal, dass ich den Chatverlauf hier mitkriege. So, Hallöchen. Guten Abend, meine lieben Putzbienchen. Da guckt auch schon eine zu und zwei. Pünktlich sind wir heute Abend, liebe Heike. Ich begrüße dich. Heike Helmer, Finanzcoaching. Deshalb stolper ich immer drüber, ob man es weiblich ausspricht. Liebe Heike, du bist immer wieder mein gern gesehener Gast. Ich freue mich, dass du wieder Zeit hast für uns und wir über das Thema Geld sprechen können. Und da spreche ich ich ja so gerne drüber, obwohl ich es gar nicht so habe zum Ausschütten. Aber du weißt, meine Intention ist ja immer, dass wir Frauen und Geld so ein besonderes Verhältnis haben. Und ich möchte da ein bisschen mehr Frauen Selbstbewusstsein geben, Selbstvertrauen, mit Geld umzugehen. Liebe Heike, stell dich mal kurz vor, du bist hier zum Labern, nicht ich. Naja, also ihr wissen, aber eine Begrüßung ist ja auch einfach schön und du machst das immer gut. Ja, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf, hier in diesem Live heute Abend. Das finde ich großartig. Ich bin Heike Helmer, bin Finanzcoach, komme aus dem App-Storfer Grund. Das ist in der Nähe von Marburg. Ja. Eigentlich so die meisten ganz dicht beieinander. Und ja, meine Leidenschaft ist es, über Geld zu sprechen. Und du hast ja eben schon gesagt, also du sprichst auch total gerne über Geld, aber die meisten Menschen in Deutschland sprechen gar nicht gerne über Geld. Die meisten Menschen sprechen nur mit ihrem Bankberater oder mit ihrem Steuerberater über Geld. Und ansonsten eher so, wenn man so sagt, oh, es reicht schon wieder nicht, also eher so aus dem Mangel raus. Und ansonsten so miteinander über Geld zu sprechen, ist eher unüblich hier im Land. Und das möchte ich gerne ändern. Weil ich jetzt liebe, über Geld zu sprechen. Und vor allem, ich liebe es zu ermutigen, besonders liebe ich es, Frauen zu ermutigen, sich um ihr Geld zu kümmern, nach ihrem Geld zu schauen. Und ich stärke mit meinem Coaching die Frauen, dass sie das eben auch gut tun können. Also ich ermittle Wissen, ich teile meinen Wissensschatz mit den Frauen, so nenne ich das gerne. Und ja, ermutige und stärke, hinzugucken und auch durchaus durch die Finanzkompetenz, die die Frauen dann bekommen, wenn sie mit mir arbeiten, dass sie einfach zukünftig Dinge anders tun können oder besser entscheiden können, was sie tun und ihre eigenen Entscheidungen aus der Vergangenheit eben auch nochmal anders beurteilen können. Das ist meine Leidenschaft. Das ist deine Leidenschaft und das machst du hervorragend. Du gibst immer sehr gute Impulse mit. In unseren Interviews habe selbst ich auch immer noch natürlich Impulse von dir bekommen, die ich zu Hause an oder versuche anzuwenden. Da will ich auch gerne mal mit dir drüber sprechen. Es ist ja so, wir fangen mal an damit, dass ich aus Erfahrung weiß oder langjährigen Kundengesprächen, jetzt, ich habe ja auch Telefonseelsbrücke, wollte ich gerade sagen, im Gespräch mit den Kunden kriege ich immer mal zu hören, das Boden, das sind 119 Euro, das ist viel Geld für mich, das kann ich verstehen, komplett, aber ich muss das erst mal mit meinem Mann oder mit der Regierung besprechen zu Hause. Und viele wissen es nicht, ich habe auch mal Staubsauger verkauft bei Vorwerk, da war ich 20 Jahre alt, mal so ein halbes Jahr, auch wie ihr vielleicht denkt, sehr erfolgreich, aber da musste ich immer abends nochmal antanzen, weil mittags die Frau zu Hause war, hat nicht gearbeitet und abends kam der Mann nach Hause und da musste natürlich so eine Investition von 1000 D-Mark damals, haben die Staubsauger auch schon gekostet, mit dem Mann besprochen werden, das kann ich auch alles verstehen. Aber heute verstehe ich das nicht mehr, sage ich dir ganz ehrlich. Da tut mir das in der Seele leid, dass Frau sich ja, 119 Euro mag vielleicht, vielleicht viel Geld sein für viele, aber dass man das trotzdem noch irgendwie, dass immer noch Männer im Hintergrund sind, die die Hand drauf halten und das zeigt für mich, dass sie auch keine Übersicht haben über die Finanzen. Merkst du das auch? Ja, ich merke das auch teilweise. Also, das ist manchmal so ein bisschen generationenabhängig, wobei man sagen könnte, vielleicht sind das eher die älteren Frauen, die einfach noch aus dieser Zeit kommen, wo ja die Männer wirklich so das ganze Bestimmungsrecht für die Frauen hatten, für die Kinder, für die Familie. Das ist schon lange her. Also, erst in 1977, als ich 13 war, da durfte, dann wurden diese Gesetze geändert. Also, das letzte Gesetz in der Richtung wurde geändert. Eine Frau durfte dann auch das eigene Konto haben und durfte auch, wenn es der Mann nicht erlaubt hat. Aber diese, also diese Strukturen, die greifen immer noch. Und tatsächlich, also ich meine, meine Mutter ist mit diesen Herausforderungen sozusagen groß geworden oder mit dieser Selbstverständlichkeit. Das war halt so. Der Mann hatte das Geld. Und ich als Tochter musste mich natürlich da auch erstmal freistrampeln. Und in vielen Generationen, wo man eigentlich meinen müsste, das ist heute anders, selbst in jungen Partnerschaften ist es oft genug immer noch so, dass der Mann, naja, das meiste Geld dann vielleicht auch nach Hause bringt. Und auch damit hängt es natürlich zusammen mit unseren finanziellen Strukturen. Und die Frauen sind dann oftmals in Teilzeit beschäftigt, verdienen dadurch natürlich weniger Geld, weil sie sich eben noch um Haushalt, um Familie, um die Kinder, Eltern oder was auch immer kümmern. Und Geld ist Macht, Geld ist Energie und Geld ist Macht. Wer das Geld hat, hat dann eben auch oftmals diese, naja, diese Bestimmung. Der Punkt ist halt, lassen wir das als Frauen zu oder in welcher Partnerschaft leben wir überhaupt? Wenn ich eine Beziehung, eine Ehe, eine Beziehung als Partnerschaft betrachte, dann könnte ich ja auch mal als Ehefrau sagen, hey, also wir bilden einfach mal so ein gemeinsames Budget. Für was geben wir denn Geld aus? Weil meistens, wenn es dann so ist, ist es ja so, wenn ein neues Werkzeug gebraucht wird oder so, das ist dann klar, dass das angeschafft wird, egal was das kostet. Das ist ja nicht so richtig und deswegen ist es natürlich aber auch an der Frau zu sagen, hey, lass uns doch mal gemeinsam auf das Geld gucken, denn auch das spielt ja dann damit eine Rolle. Also wenn eine Frau sagt, ich muss meinen Mann fragen, ob ich das Geld ausgeben darf, dann sagt das ja auf der einen Seite, naja, dass sie, klar, erst mal fragen muss und dass sie aber auch gar nicht vielleicht genau Bescheid weiß, was ist überhaupt an Geld da oder wofür wird denn das Geld ansonsten ausgegeben oder was haben wir denn zum Beispiel für Budgets? Gibt es überhaupt Budgets? Gibt es überhaupt Budgets, ja. Was bleibt übrig im Monat und lauter solche Fragen, die einem da ja aufploppen, wenn man, verdammt nochmal, haut auf den Tisch zu Hause und fragt mal, was ist denn auf dem Konto los? Ja, fragt mal, was kostet Strom und was geben wir für die Heizung aus oder was auch immer? Ich glaube, das ist immer noch bei vielen Frauen heute, dass sie das überhaupt nicht wissen, was da auf dem Konto los ist. Das ist auf der einen Seite und, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, und auf der anderen Seite ist es natürlich auch, also wenn das in der Beziehung so ist, dann ist das natürlich auch die Domäne des Mannes und der lässt sich natürlich dann vermutlich ungern in die Karten gucken. Die Frage ist ja, was befürchtet er dann, befürchtet er, dass seine Frau was wegnehmen will oder dass sie Dinge entdeckt, die sie nichts angehen oder ist es einfach nur so, dass er sich in seiner Kompetenz, dass man dazu nahe tritt oder wo, was ist die Angst dahinter, über das Geld zu sprechen? Also was steckt da vielleicht dann noch drin? Und ich ermutige einfach, die Frauen hinzuschauen, denn wenn, also zum einen ist dieses Bodenset, also um es mal von dieser Seite erst nochmal zu betrachten, ich ermuntere immer, wenn Anschaffungen gemacht werden, dann eben Qualität zu kaufen. Also wir brauchen hier keinen Fördefonds. Wenn ich nachhaltig mit meinem Geld umgehen möchte, dann ist es wichtig zu überlegen, brauche ich verschiedene Dinge? Aber wenn ich feststelle, ich brauche was, dann muss ich Qualität kaufen. Und da sind deine Lappen das beste Beispiel. Also ja, du kriegst billigere Lappen als deine und du kriegst auch billigeres Putzmittel als deins. Aber wenn man insgesamt betrachtet, wenn man die Qualität deiner Putzmittel betrachtet, mit wie viel ich oder wie wenig ich brauche von deinen Sachen, um wirklich mein ganzes Haus zu putzen oder dieses Bodenset, wie lange das hält und wie gut ich damit arbeiten kann, dann ist das eine Anschaffung, die absolut sinnvoll ist. Denn auch das Putzen ist ja dann meistens in der Domäne der Frauen. Und wenn die Frau ein vernünftiges Arbeitszeug hat, dann macht das ja viel mehr Spaß, damit eben das Haus sauber zu machen. Also diese Dinge sind zum einen viel, viel nachhaltiger und zum anderen gilt es natürlich auch wirklich mal zu gucken, das Thema Geld in der Beziehung mal als Thema zu machen. Denn es gibt ja genügend Fälle, wo Frauen entweder auf einmal verlassen werden von Männern, die eben die Hauptverdiener sind und dann da stehen und sagen, ja, Moment mal, jetzt neben dem, womit ich jetzt umgehen muss, dass der Partner auf einmal weg ist, mich im Tier hat oder keinen Bock mehr auf mich hat, dann kommt ja dann hierzu, dieses Unvermögen oft zu sagen, ja, was mache ich denn jetzt mit dem Geld? Also wie wird das denn jetzt alles? Also dann kommen verschiedene Dinge zusammen. Oder aber der Partner verstirbt plötzlich. Ja, das ist ja was. Ja, das habe ich gerade im Kantenkreis ganz schrecklich, wenn ich dich mal unterbrechen darf. Und im Vorgespräch hat man ja schon gesagt, dass man darüber mal reden, wie wichtig das ist. Und dann komme ich gleich noch auf meine eigene Erfahrung zurück. Da ist der Mann, der Ehemann ist, war ein Herzinfarkt oder wie sagt man dazu? Also umgekippt, der war tot, ja. Und war wahrscheinlich ein Herzinfarkt. Und ja, dann hat sich herausgestellt, dass der liebe Göttergatte gespielt hat. Ja, war wahrscheinlich spielsüchtig. Und die Frau war ihr ganzes Leben lang und die ist Anfang 60 im Glauben. Schatzi hat das Geld in Münzen investiert. So hat er ihr das wohl immer mal vorgegaukelt oder mitgeteilt. Immer mal die eine oder andere Münze gezeigt. Und dass wohl da Vermögen ist und macht ihr mal keine Sorgen. Für dich ist gesorgt und so. War sie ihr ganzes Leben lang 35 Jahre verheiratet in dem Glauben, dass das alles geregelt ist. Und jetzt ist nichts mehr da. Im Gegenteil, es sind Schulden ohne Ende. Die kann jetzt das Haus verkaufen und ist wie vom Kopf geschlagen. Also diese ganze finanzielle Situation ist eigentlich viel schlimmer als der Tod ihres Mannes. Also das ist ganz schlimm. Die Trauer ist völlig beiseite gerückt, weil sie es dermaßen Existenzängste hat. Und weil sie sich um die Finanzen nicht gekümmert hat, überhaupt nicht weiß, was sie machen soll. Es sind auch keine Kinder da, die sie da mal an die Hand führen, an die Hand nehmen können. Also ganz schlimm. Und da kann ich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ihr lieben Frauen da draußen, kümmert euch um die Finanzen zu Hause. Haut auf den Tisch. Wenn ihr keinen Einblick ins Bankkonto habt, dann haut auf den Tisch. Ihr möchtet gerne mal wissen, was da los ist. Und vor allen Dingen, man muss darüber sprechen können. Es kann von einem Tag auf den anderen zu Ende sein. Und ihr seid getrennt, ob das nur jetzt Krankheit ist oder Tod oder was auch immer. Ich habe es erlebt. Mein Mann ist plötzlich gestorben. Von einer Stunde auf die andere war mein Leben in eine komplett andere Richtung. Ich habe damals nur das Glück gehabt, in Anführungsstriche, Ich habe mich zu Hause um die Finanzen gekümmert. Wir hatten damals, heute wird das glaube ich auch noch gemacht, wir hatten so drei Konten da, Urlaubsgeld. Und wo ich noch mitverdient habe, kam da halt fürs Haushalt das Geld alles rein. Und ein drittes, also ein Konto für Hobby und Urlaube und Klamotten und so, da haben wir was zurückgelegt. Und Kindersachen und so. Dann hatten wir ein Konto Hauswirtschaft, also Lebensmittel kaufen und so der alltägliche Wahnsinn. Heizöl und Gedöns. Und dann hatte jeder sein Taschengeldkonto. Aber erst mal wurde alles in einen Topf geschmissen. Und ich glaube, das ist eine gute Lösung. Das ist so mein Appell an euch. Ich habe damals gewusst, was für eine Lebensversicherung mein Mann hatte. Ja, und dass er eine hatte. Und noch eine Risikoversicherung oder wie die alle heißen, um Gedöns. Ich wusste, dass er eine Pensionskasse einbezahlt hat. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man das alles weiß. Und auch die Stellen weiß, wo man sich dran hinwendet bei sowas. Ja, und auch die Ordner kennt so. Die Ordner kennt. Also da warst du wirklich ja schon damals ja fortschrittlich. Denn in meinen Coachings erlebe ich das schon auch oft, dass so ein Kontenmodell, so wie ihr das gemacht habt, also oder in verschiedene Tröpfe reinzusparen, dass das für viele wirklich auch Neuland ist. Aber das ist großartig. Also und man kann das natürlich mit Konten machen. Man kann das aber auch, kann ich dir mal zeigen, ich habe hier so ein paar Möglichkeiten. Also es gibt so unterschiedliche Sparschweine. Das ist so ein Herzenswunsch oder sowas. Oder man kann sich unterschiedliche Spardosen oder aber auch schöne Pappkartons oder Gläser gestalten, wo ich dann einfach auch im Bad zum Beispiel meine, meine, ja, oder mein Geld aufteile. Ich könnte zum Beispiel sagen, okay, ich brauche ungefähr so und so viel im Monat für meinen Haushalt und ich brauche so und so viel. Das ist mein Taschengeld und das ist dies und das ist das. Und dann kann ich das schon gleich am Monatsanfang abheben und kann es in meine einzelnen Töpfe verteilen und weiß dann halt auch immer ganz genau, okay, so viel ist da noch drin und dann bleibe ich in meinen von mir vorher mir ausgedachten Grenzen oder in meinen Budgets so. Es gibt auch ganz praktische Taschen. Das sind solche kleinen. Tipp-Rollchen. Genau, das sind so Tipp-Rollchen. Ja, genau. Genau, die gibt es so in dieser Form, also einzelne Taschen oder es gibt auch so ein Modell, wo dann unterschiedliche Fächer drin sind, wo man dann sich tatsächlich das Geld schon reinsortieren kann. Also das muss natürlich Frau für sich dann rausfinden, womit sie am liebsten arbeiten. Es gibt manche, die sind total kreativ und sagen, boah, ich habe noch so viele alte Pappschachteln zu Hause. Ich gestalte mir die. Auf die eine kommt mein Lieblingsurlaubsziel drauf oder ich beklebe mir das mit Geschenkspapier. Ganz unterschiedlich. Egal. Aber in dem Moment, wo ich wirklich sage, ich teile das jetzt auf und dann habe ich mein Taschengeld und dann habe ich eben auch Geld zur Verfügung, wo ich sage, okay, ich kaufe mir jetzt kein Paar Schuhe davon, ich kaufe mir das nächste Putzset. Wobei, auch da muss man natürlich überlegen, das betrifft ja den Haushalt. Also das sollte jetzt Frauen jetzt vom Taschengeld kaufen, das wäre ja Blödsinn. Ja, ich sage ja, die Männer, die da ein Auge, die da gefragt werden wollen, die kaufen fürs Auto das beste Öl. Ja, ja. Ja, aber das ist aber mal zum Anlass zu nehmen, wirklich miteinander drüber zu reden, zu sagen, hey, wie ist das eigentlich bei uns und könnten wir das vielleicht auch mal anders machen oder wie können wir denn vielleicht noch besser mit dem Geld umgehen, dass das Geld uns gut tut. Also dass wir nicht einfach nur gucken, was ist am Monatsende noch da, sondern am Anfang schon das Geld zu steuern und auch wirklich beide dann ein Auge drauf zu haben. Und eigentlich dürfte der Mann sich geehrt fühlen, also wenn Frau und Mann das zusammen machen, weil ich meine, dann trägt er halt auch nicht alleine die Verantwortung, sondern es geht ja um das gemeinsame Leben. Ja, genau. Also entweder bin ich verheiratet und teile alles oder bin es nicht, wenn ich denn verheiratet bin. Aber lustigerweise, muss ich dazu sagen, als ich dann nach Jahren meinen Schatzi, meinen jetzigen Schatzi kennengelernt habe, da haben wir von Anfang an irgendwie gesagt, wir machen kein gemeinsames Konto. Okay. Das war echt irre. Nur wir haben so ein Haushaltskonto halt. Aber wir sind halt nicht verheiratet. Ich werde auch niemals heiraten wieder und er will auch nicht heiraten. Und weißt du, da war dann von Anfang an irgendwie klar, wir machen keinen so einen... Ja. Eine Tochter, die verheiratet ist und Kinder hat, die hat das noch krasser. Die haben, glaube ich, noch ein oder zwei Kunden, sogar noch mehr. Ich meine, Kunden kosten ja heute nichts. Aber weißt du, was mich so verwundert ist, wir sollen ja alles sparen jetzt, gell? Wir sollen wegen der Energiekrise und Strom sparen und Heizung und Bedürfnis. Und das Thema Sparen und Geld ist ja so das letzte Jahr noch viel mehr Thema gewesen, gell? Wie komme ich über die Runden und so und so? Dann habe ich jetzt auch eine Fernsehsendung mal gesehen, da gab es diese Advice, die du da hattest mit dem Zippbeutel. Und da war der Tipp, du sollst dein ganzes Geld vom Konto holen, was nach den Abbuchungen, die ja passieren, den Rest komplett alles holen und dies so aufteilen in diese Beutel. Und dann denke ich mir aber, meine Güte, ist das nicht fünf Schritte zurück so in dieser Digitalisierung? Das Bargeld soll doch abgeschafft werden. Aber ich habe mir dann überlegt, ich zum Beispiel, ich kaufe nur mit der Checkkarte ein. Und ich war ja jetzt die letzten Jahre sehr erfolgreich, ja. Und ich durfte mir auch mal ein paar Schuhe kaufen, die ich nicht unbedingt brauchte. Aber ich darf ja nicht übertreiben mit meinen Privatentnahmen und musste aber jetzt, weil jetzt steht GmbH-Gründung an und sowas. Und dann habe ich mal die Liste gesehen meiner Privatentnahmen, gell. Und ja, ich war jetzt so groß. Nein, wir glauben es nicht. Aber da dachte ich mal, ach du meine Güte, guck mal da, wie oft ich beim Rewe war. Oder vielleicht so viel habe ich getankt. Und meine Güte, so viel Zeitung. Oder nee, was noch war? Die Abos im Internet. Also Abos geschäftlich, aber also mal so, wo man nicht wusste, ist das jetzt privat? Aber es wurde mir mal klar, was da alles abgeht. Wofür man alles, wenn man das mal in der Summe sieht. Über einen Monat immer schön die Karte hinhalten. Oder in der Apotheke, meine Medikamente, die ich ja brauche. Das ist ja alles, ich gucke mir das jeden Monat an auf mein Privatkonto. Aber wenn du es mal über das ganze Jahr so siehst, die Summe im Jahr, da schluckst du aber schon mal. Und das macht eine Geldkarte ja komplett zunichtet, dieses Gefühl. Also da ist was ganz Wichtiges, was du ansprichst. Erstens noch mal kurz zu dem, was du zuletzt gesagt hast, mit deinem, also wo du mal gestaunt hast, was da so zusammenkommt. Ich hatte jetzt kürzlich ein Coaching. Das war total toll. Eine Frau auch, eine junge Frau, die auch gut Geld verdient, die wollte aber trotzdem einfach ihre Finanzkompetenz erhöhen. Und wir haben dann gemeinsam einfach mal so ein paar Stunden Coaching gemacht. Und die hat dann so zwischendurch, weil ich dann gefragt habe, so nach den ersten anderthalb Stunden, wie war es denn dann? Da sagt sie, Mann, ich habe mich jetzt mal mit meinem Freund zusammengesetzt und wir haben mal geguckt, was wir alles ausgeben und haben uns wirklich mal unsere Auszüge angeguckt und da war auch alles nur mit Karte. Und dann haben wir festgestellt, der hat ein Netflix-Abo, ich habe aber auch ein Netflix-Abo. Also wir hatten parallel verschiedene Abos, was ja schon mal eine ganze Menge Geld kostet, was einfach so verpufft, weil man das ja schon mal doppelt hat. Man braucht es ja schon mal gar nicht. Also genau so eine Haftpflichtversicherung, wenn ich in der Beziehung lebe, dann reicht eine Haftpflichtversicherung für beide. Dann brauche ich nicht jeder eine. Und dann auch, als sie sagte, ich habe gesehen, was wir alles für, um Essen zu bestellen oder so, was da alles drauf begangen. Ja, genau. Sehr gestaunt und in dem Zusammenhang, also immer in meinen Seminaren, in meinen Coachings, empfehle ich, Bargeld zu benutzen. Zum einen, so wie du eben schon gesagt hast, also tatsächlich gibt es große Bestrebungen, das Bargeld abzuschaffen. Es wird ja immer mehr, jetzt ist schon wieder im Gespräch, die Bargeld-Obergrenze soll jetzt auf 7000 Euro herabgesetzt werden. Ich finde das sehr tragisch, weil Bargeld ist für uns Freiheit. Ist das für eine Grenze, wenn ich dich mal unterbrechen darf? Eine Bargeld-Grenze, also wie viel Bargeld, wie viel du ausgeben darfst in Bar. Also wenn du ein Auto kaufen willst, zum Beispiel bis jetzt, darfst du es glaube ich noch, darfst du noch für 10.000 Euro, darfst du noch Bar irgendwo hinbringen. Ach so. Jetzt ist man aber schon, ist im Gespräch auch, wir wollen das mal auf 7000 reduzieren. Also begründet wird das mit der Kriminalität, wobei wir haben ja schon ein paar Mal reduziert und die Kriminalität wird immer mehr. Also kann es ja da nicht helfen. Und für uns, aus meiner Sicht, ist das Bargeld Freiheit, weil digital ist alles kontrollierbar, alles und auch steuerbar. Also das ist, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen, naja, verrückt, aber letztendlich haben wir ja auch in den vergangenen drei Jahren gesehen, wie schnell irgendwas über eine App gesteuert werden kann, was auf einmal, manchen Menschen auf einmal ein Zutritt verweigert wird, weil irgendwas gut aufblinkt. So. Und mit Bargeld bin ich halt einfach frei und keiner kann wissen, wo habe ich jetzt gerade mein Bargeld ausgegeben. Bargeld ist, wenn ich, was weiß ich, irgendwo in einem Restaurant ein Trinkgeld gebe oder wenn ich einem Obdachlosen fünf Euro in den Hut schmeiße. Das funktioniert ja alles digital nicht mehr. Und auch die Kindererziehung, wie bringe ich denn Kindern im Gang mit Geld frei, wenn ich nur noch Zahlen auf irgendwelchen Auszügen habe. Ja, genau. Viele Menschen, die mal einen Lolli kaufen können oder ein Ruflager oder ein Taschengeld. Diese Zahlen auf dieser digitalen Karte, da haben wir gar keine Beziehung dazu. Also manche Menschen können mit diesen Zahlen rein auf den Auszügen wirklich nichts anfangen. Die sehen diese Zahlen und kriegen schon Angst und legen das wieder weg und denken, da habe ich keinen Bock drauf, das kann ich nicht oder ich finde keinen Zugang dazu. Gerade Menschen, die besonders kreativ sind oder so, die können alles Mögliche, aber sich mit ihrem Geld zu befassen, ist ganz schwierig, wenn es nur um die Zahlen geht. Wenn die aber Geldscheine in der Hand haben und Bargeld ausgeben und wirklich das Geld in ihren Mappen sortieren oder so und dann auch dieser bewusste, was weiß ich, ich kaufe mir was für 50 Euro, ich gebe diesen Schein weg und kriege dazu, kriege im Gegenzug eine Ware dafür, dann ist das eine ganz andere Verbindung, die ich habe und ich spüre viel mehr, okay, jetzt nehme ich hier aus meinem Budget 50 Euro raus und kaufe mir das und kriege jetzt hier so ein Pullover. Ist das wirklich, steht das im Verhältnis dazu? Brauche ich das jetzt wirklich? Oder ist es nicht so, dass ich irgendwie noch einen viel größeren Traum habe und ich lege diese 50 Euro einfach aus diesem Mäppchen raus in ein anderes Sparschwein, wo ich das dann viel lieber spare? Also dieses Bewusstsein bekomme ich, wenn ich Bargeld in der Hand habe. Das kriege ich nicht in der Karte. Ja, ja. Also mir war das, mir wurde das wirklich, mich hat das ein bisschen erschrocken. Also es ging dann, man muss es ja ausrechnen, dann als Unternehmer, was brauche ich auch im Monat? Ja, ich habe ja auch meine Heizung und kriege meine Witwenrente oder kriege sie nicht, je nachdem, was ich verdiene und die wird ja auch gekürzt. Aber man muss ja dann mal wissen, was brauche ich zum Leben und dann durchleuchtest du dein Konto mal über Monate. Wenn ich das immer jede Woche betrachte, fällt einem das nicht, aber wenn ich dann sehe, dass ich Gott weiß wie viel 100 Euro für Essen gehen ausgegeben habe, oder mal einen Döner da holen oder was auch immer, der Lieferservice, das ist schon heftig. Auch die Lebensmittel natürlich. Aber ja, das fällt komplett weg, wenn man mit der Checkkarte bezahlt. Das ist so. Es sei denn, die ist gesperrt vielleicht. Also ich meine, oder zügelt einen das so. Ja, aber so, wenn du, du kaufst ja immer mehr ein, wenn du eine Checkkarte dabei hast. Es gibt Menschen, die können das schon auch gut steuern. Also die sind dann sehr zahlenaffin und haben das trotzdem gut im Blick. Also das kann auch Menschen geben, die das richtig gut können. Aber letztendlich, dieser Kontrollverlust geht halt viel schneller. Zumal du ja dann, also gerade, wenn du dann auch im Internet einkaufen gehst, dann hast du ja noch die Angebote, kauf's jetzt, zahl's später. Ach ja. Oder zahl's in Raten. Und dann auch, ja, Mensch, das kann ich ja in Raten oder muss erst in 30 Tagen bezahlen. Ja. Dann vergisst man das aber in der Zeit. Also die meisten vergessen es. Und dann kommt, irgendwie, dann ist so das normale Leben, dann kommt dies noch und das noch und auf einmal, ach du meine Güte, kommt nach 30 Tagen diese Abbuchung an, die man schon gar nicht mehr gedacht hat. Dann kann das auch, also gerade, wenn gar nicht so viel Geld da ist, dann rutscht man schnell in den Dispo und da dann auch wieder rauszukommen. Es gibt wirklich da schon, ich habe jetzt gerade auch wieder ein Coaching, beginne ich mit einem jüngeren Pärchen, wo er eigentlich derjenige ist, der jetzt gerne lernen möchte, mit dem Geld umzugehen, weil er halt sehr oft den Dispo genutzt hat. Na gut, das ist ja cool. Also nutze ich den halt, ist ja wunderbar. Aber diese Spirale geht immer schneller und diese Verlockungen sind immer größer. Ich meine, Marketing funktioniert halt. Das ist so und dann kaufst du nochmal hier und ach, das ist ja nur ein kleiner Betrag und Schwung einmal, auch viel wenig, macht ein viel und ich lande dann irgendwo hoch im Dispo, im Minus und wenn ich nicht gut aufpasse, dann erwischt mich irgendwann auch eine Schuldenfalle. Also deswegen, es ist so wichtig und es tut dem Selbstbewusstsein so gut, wenn du Herrin deines Geldes bist. Wenn du das Geld steuerst und sagst, liebes Geld, ich freue mich, dass du kommst am Monatsanfang, zum Beispiel, wenn du das Gehalt bekommst, wie wundervoll auch dieses Geld wert zu schätzen und zu sagen, herrlich, du bist da und ich kann jetzt mir wieder mein Leben finanzieren und dann zu sagen, okay, du gehst da in die Richtung, du, dich brauche ich, liebes Geld für die ganzen, was weiß ich, für meine Miete oder für meine Heizkosten und du, du darfst hier wachsen für meinen Urlaub oder du darfst wachsen für meine Rücklagen, die ich bilde. Vermehr dich mal. Genau, vermehr dich mal und dien mir dann später. Und dann aber natürlich auch ein Budget zu haben, wo ich mir dann auch mal was Besonderes gönnen kann, weil wenn ich das schon so strukturiert mache, dann ist es ja auch schön zu sagen, so und hier habe ich jetzt mein Schatzkästchen, was weiß ich, ein ganz Besonderes und da ist das drin, wo ich mir dann auch einfach mal so eine Freude machen kann. Dann weiß ich aber, wie viel ist da drin, für wie viel mache ich das und der Rest ist eben einem anderen Zweck. Für mich dann eben, für andere Ziele. Ja, ja. Naja. Ja, das ist der Umgang mit dem Geld, die Inflation, ja, das alles, der Krieg, wo auch wieder gesagt wird, heb dir Geld zu Hause auf, falls der Strom ausfällt, das war ja auch mal so ein wichtiges, so ein Thema über Wochen, ja. Ja, das sehe ich immer noch. Zu Hause Reis und Nudeln und Vorrat anschafft und Getränke und auch Geld, ja, weil man kommt nicht mehr an die Geldautomaten dran und da denke ich mir auch, und ihr wollt das Geld abschaffen und jetzt sagt er, dass man sich mindestens 200 Euro zu Hause aufheben soll. Was willst du denn mit 200 Euro zu Hause? Also 200 Euro, mit 200 Euro kommst du nicht weit. Ich appelliere tatsächlich auch dafür, einen größeren Bargeldvorrat einfach zu Hause zu haben. Das muss man natürlich auch können, da muss man halt einfach gucken. Das sind Familien, die wissen jetzt gerade nicht einen noch aus und sagen, wie Bargeldvorrat, ich bin froh, wenn ich irgendwie, wenn der Monat, also wenn das Geld für den Monat reicht, damit ich meine Kinder satt kriege und ich weiß gar nicht genau, also mit gesunder Ernährung wird es schon schwierig, mir die leisten zu können. Also auch das gibt es ja vermehrt jetzt in diesen Zeiten, weil die Inflation so krass ist, weil Heizkosten steigen und, und, und. Also wir haben eine sehr, sehr besondere Zeit gerade und umso mehr und umso wichtiger ist es eben, auf diese Dinge zu schauen und auch, also aufs Geld zu schauen und in dem Zusammenhang auch mal zu gucken, also gerade wenn man, da komme ich jetzt nochmal zurück, auf das gemeinsame Konto, wenn ein Gemein, oder wenn ein Hauptkonto da ist, wo die Frau denkt, sie habe Vollmacht, auch da nochmal genau hinzugucken, was ist das eigentlich, weil ich habe das... Die Vollmacht, ja, richtiges Thema, genau. Genau, die Kontovollmacht, bei meiner Mutter habe ich das damals selber erlebt, die war, also, mein Vater hat sich auch irgendwann von meiner Mutter getrennt und die hatten halt ein Konto, wo das Gehalt meines Vaters draufging und meine Mutter hatte Vollmacht, aber sie hatte eben auch nur Vollmacht, sie war nicht mit Kontoinhaberin und irgendwann kam sie dann zur Bank und wollte Geld abheben und der, hinter ihr eine Schlange und der Mensch an der Kasse hat so ihr gesagt, liebe Frau, so und so, also, ich kann Ihnen kein Geld auszahlen und sie dachte, jetzt wieso nicht, jetzt nichts mehr auf dem Konto, ja, nee, also, das war eben so unangenehm, Vollmacht gibt es denn, genau, ihr Mann hat die Vollmacht gestrichen und meine Mutter ist aus allen Wolken gefallen, erst mal, die hat den nur angestarrt und ist dann raus, wie betäubt und haben wir gedacht, was ist das denn jetzt so, ne, und das kann eben nicht passieren, wenn ein Konto auf beide Namen lautet, also, wenn da, wenn Kontoinhaber beide sind, also er und sie oder wenn man ein Pärchen hat, die gleichgeschlechtlich sind, sie und sie oder er und er, was auch immer, egal, aber, dass da eine Gleichberechtigung da ist, dann kann eben auch nicht einer den anderen einfach rauskicken, ich meine, dass sich Menschen trennen, das ist ja okay und dass das schmerzhaft ist und dass es auch finanziell oft schwierig wird, ja gut, aber sowas Unwürdiges, einfach jemanden so mitten irgendwie raus aus dem, aus der Kontovollmacht zu kicken, ohne diese Info weiterzugeben, das war einfach nur erniedrigend. Das ist schlimm, ja. Das braucht kein Mensch und das, und das können wir halt verhindern, indem wir wirklich hingucken, was ist denn überhaupt, was haben wir für ein Konto, was haben wir überhaupt für Konten, wie ist denn das Geld angelegt, was gibt es denn da für Zinsen oder gibt es Aktien oder Fonds oder gibt es Edelmetalle oder was auch immer, wie ist das Geld aufgeteilt, wie ist es denn, wenn einer geht, ist eine Vorsorgevollmacht da, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn es um das gemeinsame Vermögen geht, dass der Partner dann für den anderen sprechen darf und diese Vollmacht eben auch da ist und nicht erst vom Amtsgericht erstellt wird, denn das bedeutet dann, dass man dem Amtsgericht halt Rechenschaft ablegen muss und das brauchen wir auch nicht. Ja, das war bei mir, war das nicht, also wir haben, wir waren immer beide Kontoinhaber von allen Kunden und ich war sogar in manchen Versicherungen, haben wir gemeinsam abgeschlossen und dann die Lebensversicherung, das war auch alles klar und auch Erbe mit den Kindern und so weiter. Was mich nur so erschrocken hat, ist auch, das ist echt krass, das war bei meiner Mutter 20 Jahre später genauso, die ist vor vier Jahren gestorben, da wollte ich, dass ich hatte, war auch Kontoinhaberin bei meiner Mutter auf dem Konto, weil ich, wie mein Vater starb, hatten wir das auch alles schon geregelt und ich bin ein Tag nach dem Tod meiner Mutter, also es waren keine 24 Stunden, zur Bank gegangen und wollte Geld von ihrem Konto holen, weil ich irgendwas bezahlen musste, Blumen oder irgendwas, egal. Da konnte ich schon nicht mehr an das Konto, da hat die Bank vom Standesamt, nämlich schon die Benachrichtigung bekommen, beziehungsweise ich habe mich dann informiert, weil ich da so empört drüber war, dass die Bank, die Hausbank tut jeden Morgen oder alle 24 Stunden die standesamtlichen Nachrichten, die sind verknüpft miteinander. Das ist zum Schutze der Erben, wird das gemacht. Also jetzt egal, ob ich jetzt Kontoinhaber bin oder nicht, es war halt kein Ehemann mehr da bei meiner Mutter, als mein Vater starb, war ja meine Mutter noch mal. Aber als meine Mutter starb, sind ja Kinder, da muss das erst alles abgeklärt werden. Aber so ist die Verknüpfung. Deswegen immer jetzt schon dran denken, da kann man ruhig schon drüber sprechen. Und ich habe das jetzt kürzlich bei meiner Mutter noch mal abgeklärt. Das war jetzt hier dann mit der örtlichen Sparkasse, weil ich habe für meine Mutter, also meine Mutter hat eine Vorsorgevollmacht, wo ich drinstehe. Aber ich habe jetzt trotzdem auch noch mal bei der Bank gefragt, bei ihrer Bank, wie das denn ist im Falle von, wenn das dann irgendwann mal greifen sollte. Im Moment ist das nicht der Fall. Aber die sagten ja, also die haben dann noch mal eigene Formulare, womit es für die dann irgendwie leichter handelbar ist. und dann habe ich das dann einfach mir ausdrucken lassen und meine Mutter hat es unterschrieben und dann haben die das jetzt und dann passiert sowas zum Beispiel nicht. Also auch da könnte man ja Vorsorge treffen und kann sagen, okay, dann macht man das halt einfach noch mal zusätzlich. Also wichtige Hinweise. Ich meine, das sind natürlich jetzt alles Dinge, von denen wir sprechen, die sind alle nicht schön. Und trotzdem sind sie so wichtig. Nicht so wichtig. Es ist ja niemand davor gefeit, dass sowas passiert. Ja, ja. Und viel schöner ist es aber wirklich, das so in Zeiten zu machen, wenn man wirklich sagt, okay, ich bin jetzt hier, ich arbeite mit, ich versorge die Familie, wir haben ein gemeinsames Heim und ich möchte jetzt doch einfach mal wissen, was ist denn hier eigentlich so mit unserem Geld? Was kommt denn rein? Was geht denn raus? Lass uns doch mal oder zeig mir das doch mal, damit ich einfach mal weiß, ich meine, auch so kann man das ja begründen. Es geht ja nicht darum, dass ich als Ehefrau jetzt das Konto räumen will, sondern einfach zu sagen, hey, also es kann immer mal was sein. Und das ist doch schön, wenn wir beide gleichberechtigt zumindest Bescheid wissen. Also ich will ja jetzt nicht alles übernehmen, aber ich möchte gerne wissen, wie sieht es denn bei uns aus und wie sieht es denn auch für mich als Frau aus, was die Vorsorge angeht für meine Zukunft? Denn viele Frauen haben ja auch neben dem, dass sie weniger verdienen, weil sie in Teilzeit arbeiten, weil sie eben ganz viel Care-Arbeit machen für die Familie, haben sie natürlich das nächste Problem, dass die Rente deutlich weniger ist. Ach ja, die Rente, ja genau. Also was machen wir denn da? Also wie hoch ist denn die Rente vom Mann und trägt das denn beide oder wie wird das denn? Und da auch entsprechend noch mal vorzusorgen, zu sagen, okay, wenn die Frau schon weniger arbeiten kann, weil sie sich um andere Dinge kümmert, die der Mann dann eben nicht machen braucht, dann wäre es doch auch schön zu sagen, hey, wir gucken einfach mal, wie sieht das denn bei dir später aus und was könnten wir denn dafür tun, dass die Frau eben vielleicht einfach noch mal eine Sonderration mehr bekommt für ihre finanzielle Zukunft, damit sie eben auch da noch mal ein bisschen mehr aufbaut für sich, für ihre Zukunft, um dann eben auch dann gleichberechtigt zu sein und nicht immer noch dann in der Rente auch noch auf den Mann angewiesen zu sein. Man muss jetzt irgendwie wieder gucken. Das ist ja Statistiken drüber, das Armutsrisiko bei Frauen ist ja um ein vielfaches viel höher als bei Männern. Es gibt auch Statistiken darüber, dass Männer betriebliche Altersvorsorge betreiben, also die Betriebe bieten ja immer mal was an, anstatt einer Gehaltserhöhung, diese Modelle, dass da, weiß nicht, heißt es Riesda, heißt doch Riesda-Rente, oder? Riesda-Rente, ja, gibt alles. Ja, oder halt irgendwelche privaten Modelle, wo man privat einzahlt. Das ist erschreckend, wie hoch die Prozentzahl von Männern, die das machen, aber die Frauen nicht, die berufstätigen Frauen nicht. Bei den gesetzlichen Rentenzahlungen, da ist der Pegel noch ungefähr gleich, weil man halt gesetzliche Rente bezahlt, aber die wenigsten Frauen oder wenige Frauen sorgen sich nochmal eine private Altersvorsorge einzurichten. Das ist, finde ich, hat vielleicht, ja, es ist auch schlimm, also hat vielleicht auch damit zu tun, dass man dann so als Frau sagt, naja, gut, die Kinder brauchen jetzt dies oder die Kinder brauchen das, also dass Frauen ja vielleicht auch eher nochmal geneigt sind, für die Familie dann noch was mehr zu geben. Locker zu machen als für sich. Aber weniger, genau, weniger für sich zu gucken und vielleicht hilft es dann, einfach mal als Frau darüber nachzudenken, okay, wer würde denn noch davon profitieren, wenn es mir finanziell besser ginge, außer mir selber so, ne? Also, dass ich weg von mir komme, sondern zu sagen, okay, wenn ich eine gute Altersvorsorge habe, dann brauche ich meine Kinder nicht später möglicherweise mal anbetteln, zu sagen, hey, meine Rente reicht überhaupt nicht zum Überleben, kannst du mir was geben? Ja, da sind wir wieder beim Thema Selbstversorge, gell? Ja, genau, ganz genau. Oder Selbstwert. Und auch wirklich diese Hemmschwelle überwinden, zu sagen, hey, also Geld macht ja Spaß. Und das erlebe ich ja auch immer wieder nach meinen Seminaren, in den Coachings, wenn die Frauen erstmal verstanden haben, wie leicht manche Dinge eigentlich sind, wie die Zusammenhänge so ineinander spielen und wie sich eins auf dem anderen ergibt und sie dann wirklich in der Lage sind zu sagen, okay, jetzt habe ich so vieles verstanden und jetzt kann ich auch viel besser einordnen, was ich brauche oder was ich möchte für mich und ich weiß auch, welche Fragen ich in Zukunft stellen muss und ich lasse mir auch hier kein X für ein U mehr vormachen. Auch das haben wir ja dann. Dann denkt Frau, naja, ich muss was machen für meine Rente und dann kommt da so ein Berater, der erzählt ihr irgendwas und sie versteht es nicht. Dann traut Frau sich oft genug auch gar nicht nachzufragen. Sagen wir, wie jetzt, ich habe es nicht verstanden. Erklären Sie es mir doch bitte nochmal. Weil Frau dann oft schnell denkt, naja, ich bin einfach zu doof, wird schon stimmen, wird schon richtig sein. Komplett falsch. Aufstehen zu sagen, Moment, jetzt haben Sie es mir dreimal erklärt und ich habe es dreimal nicht verstanden. Jetzt erklären Sie es mir doch bitte mal so, dass ich es verstehen kann. Das wäre eine Alternative. Ja, genau. Darf man auf? Ja, muss man. Ja. Das hat auch was wieder mit Selbstversorger zu tun, weil letztendlich ist Frau ja diejenige, die es nachher dann ausbaden muss, wenn es blöd war. Ja. Wenn sie es nicht verstanden hat. Aber letztendlich hängt es, natürlich kann sie, ich meine, es gibt ja genug, die einen dann, naja, da auch nochmal übers Ohr hauen wollen. Aber manchmal ist es ja auch einfach nur ein, naja, ein Unvermögen oder ein was auch immer. Aber letztendlich müssen wir ja unsere, müssen wir das nachher aushalten, was da vielleicht auch schiefgelaufen ist oder was gut war. und deswegen ist es doch wichtig, dass wir bei Zeiten hinschauen und sagen, was ist denn gut für uns und was brauchen wir denn? Ja. Ja. Und wenn ich alleine, wenn ich alleine mich nicht dazu in der Lage fühle, das abschätzen zu können, ja, dann kann ich mir doch Unterstützung holen. Also es gibt Podcasts, die man mal hören kann, wo man mal reinhören kann. Oder, naja, wie gesagt, ich biete Einzelcoachings an, aber es gibt auch Seminare bei mir, wo man dann, das ist also, Einzelcoaching kostet dann insgesamt nochmal ein bisschen mehr. Aber so ein Seminar, ich habe jetzt im April wieder, eins am 25. und am 27. wo ich dann wirklich schon mal so meinen Wissensschatz ausbreite, wo ich, wo die Frauen einfach dann, also das mache ich dann auch nur für Frauen, das Seminar, das heißt Geld tut gut. Und da fangen wir ganz von vorne an und sagen, hey, wie kann ich über, was ist, wenn das Geld reinkommt und wo sind die Ausgaben, wie kann ich das strukturieren, wie kann ich einfach mal so ein, so ein, naja, so ein, einfach mal die Einnahmen, die Ausgaben gegenüberstellen, einen Haushaltsgruppen führen, Bargeld nutzen so, und dann eben auch, die Dinge strukturieren, Budgets erstellen und dann passen wir uns ganz, ganz langsam weiter vor in einem Tempo, wo jedem mitgehen kann, wo wir dann auch sagen, okay, was ist denn eigentlich ein Geld wert und was ist ein Sachwert? Wie ist denn eine Versorgungslücke und was macht denn die Inflation mit unserer Versorgungslücke? Was müssen wir denn dabei noch bedenken? Also so, durch diese ganzen Zusammenhänge ist Frauen nachher in der Lage zu sagen, okay, jetzt habe ich echt so viel verstanden und jetzt möchte ich tatsächlich für mich an meine eigenen Finanzen gehen. Ich möchte jetzt einfach einen neuen Geldweg einschreiten, ich möchte eine neue Verbindung zu meinem Geld haben und möchte das jetzt aktiv steuern. Da muss man ja nicht jeden Tag hingucken, dann so, ne, aber verschiedene Schritte sind dann halt einfach, ja, erforderlich und machen total Spaß. Also die Frauen sind dann ganz begeistert und ganz stolz, wenn sie dann erzählen, Mensch, jetzt habe ich das so gemacht und das habe ich so gemacht, eine andere hat es anders gemacht, die tauschen sich aus, das ist einfach schön. Ja, und wann ist das? Also das nächste Seminar ist jetzt am 25. und am 27. April, nachmittags, 16.30 bis 19. Uhr jeweils. Das kannst du gerne mal hier in der Gruppe posten, lieber Heike. Wir könnten, wenn du Lust hast oder wenn du glaubst, das wäre von Interesse, mal drei, vier Tage vorher nochmal in der Gruppe hier nochmal live gehen und das ist nochmal erklärst, was du da anbietest. Ich finde das spannend, weil, guck mal, so ein Haushaltsbuch führen, da fängt es doch schon an, gell, wie mache ich das und wie teile ich mir das auf und so weiter oder brauche ich auch, ich denke mal, das wird auch so ein Blick, vielleicht brauche ich das oder brauche ich das nicht. Ich erwische mich manchmal auch dabei, wo ich so ein Stück Rot schon wegschmeiße, weißt du, oder die Kalbsleberwurst vergammelt im Kühlschrank, das finde ich ganz schlimm. Das finde ich so schlimm oder ich koche zu viel und gut, ich habe noch zwei Hunde, das sind Müllschlucke, aber oder ich denke mir auch manchmal, komm, ich kaufe mal ein Kotelett mehr, kann man noch kalt essen, und dann vergessen wir es im Kühlschrank und so, alles so ein Quatsch, aber ich weiß jetzt nicht, ob das zu dir, zu deinem Coaching gehört, das mit Sicherheit nicht, aber es hat was mit dem Umgang mit dem Geld zu tun. Doch, doch, also das gehört tatsächlich auch dazu, also jetzt bei den Lebensmitteln so intensiv, je nachdem, in den Seminaren sind wir da auch dabei, wirklich zu gucken, das Konsumverhalten mal anzuschauen, also wirklich zu gucken, was brauchen wir denn, was ist denn wirklich ganz, ganz wichtig für uns und auch sorgsam mit den Dingen umzugehen, ich habe zum Beispiel einen Coach gehabt, die hat sich regelmäßig durch, was weiß ich, durch kaputt gehen, zufälliges kaputt gehen von Geräten, hat die sich jedes Mal wieder selber ins Knie geschossen, indem sie das Geld, was er auf der einen Seite verdient hat, irgendwie wieder vernichtet hat, weil sie das Handy hat fallen lassen, dann ist das Handy geklaut worden, dann was weiß ich, also und dann war es was anderes, dann war hier was kaputt gegangen, da war es kaputt gegangen, also auch das hat ja manchmal tatsächlich mit Glaubenssätzen zu tun, dass wir uns selber gar nicht wert sind, das Geld zu behalten, denn wir können halt Geld auch nur sparen, wenn wir es erstmal gelernt haben, zu behalten und da spielt genau das, was du sagst, rein, also tatsächlich achtsam mit den Dingen umzugehen sein, die Lebensmittel und da zu gucken, was gebe ich da überhaupt aus oder was würde dann alles übrig bleiben, wenn du das alles jetzt nicht gekauft hast und ich finde es toll, dass du da auch so offen drüber sprichst und genau so ist es ja bei Geräten oder so, muss ich mir wirklich den nächsten Pulli jetzt noch kaufen, nur weil er runtergesetzt ist irgendwo, weil er so billig ist oder brauche ich wirklich das neueste Handy, obwohl ich mir letztes Jahr gerade eins gekauft habe und wenn ich unbedingt was brauche, dann könnte ich ja auch mal überlegen, gibt es das vielleicht auch auf der zweiten Wahl, also es gibt zum Beispiel dieses, ich glaube mit Ecken und Kanten, so eine ganz schöne Website, wo man Dinge zweiter Wahl kaufen kann oder auch gebraucht kaufen kann und wenn ich dann aber wirklich sicher bin zu sagen, okay, ich brauche das jetzt, was auch immer und ich brauche es auch neu, dann zu sagen, okay, dann kaufe ich aber auch Qualität, weil ich da dann einfach viel, viel länger davon habe. Ja, das hat wieder was mit Nachhaltigkeit zu tun und dann kaufe ich vielleicht auch ein Gerät, was man reparieren kann, also da dann wirklich auch zu schauen oder wo ich den Akku nochmal wechseln kann, wenn es die Handys sind, aber gut, das geht ja bei vielen auch schon nicht mehr, also manchmal habe ich auch das Gefühl, die Industrie verkauft uns gerne Produkte, die irgendwie nicht so lange... Natürlich. ...weil wir was kaufen können. Jetzt gerade in der Challenge, ich rede jeden Tag davon, die Reinigungsmittel. Ja, genau. Das brauchen wir alle nicht. Ja, genau. Und die erfinden immer wieder was Neues. Immer wieder hat das Waschpulver was Neues oder der Spüli hat was Neues. Völliger Schwachsinn. Und es liegt an uns, also es gibt ja immer die zwei Seiten, die einen, die es machen und die anderen, die es mit sich machen lassen. Deswegen darf ich mich dann auch wirklich fragen, Moment mal, falle ich hier auf den ganzen Scheiß rein? Ich bin Herrin meines Geldes. Ich weiß ja, wer mein Geld kriegt. Und für mich persönlich ist es zum Beispiel auch so, wenn ich ein Geschäft sehe, wo ich kein Bargeld ausgeben kann, dann gehe ich da nicht hin. Dann sehe ich, da gebe ich das Geld nicht aus. Das mache ich nicht. Also das sind dann halt Dinge, wo ich sehr genau steuern kann, wer kriegt mein Geld. Und klar kann man jetzt sagen, naja, du alleine, was willst du schon bewirken? Stimmt, aber wenn es viele so machen, wenn das Bewusstsein wach wird, zu sagen, hey, ja stimmt, wieso eigentlich? Ich kann doch auch damit ganz viel steuern und ich bin nicht alleine. Und dann passiert schon mal was. Ich hatte tatsächlich, ich fette mir jetzt nochmal so ein schönes Beispiel ein. Wir fahren unheimlich gerne auf diese Gattenfestivals nach Laubach und nach Kassel. Und in Kassel funktionieren keine Scheckkarten. Warst du da schon mal? In Kassel war ich noch nicht. Laubach kenne ich aber Kassel. Wunderschön auch da, das Schloss Wilhelmsthal. Wunderschöner Park. Und da funktionieren aber die Geldkarten nicht. Und du musst da Bargeld mitnehmen. Und das ist echt schlimm für mich. Das ist wirklich ganz schlimm. Und ich habe dann 200 Euro mitgenommen. Und davon muss man ja dann, also wenn ich so einen Tag da verbringe, das ist wie Urlaub. Ja. Das ist wie ein Tag Urlaub in diesem wunderschönen Park da und die Stände. Und dann trinken wir auch ein Glas Wein. Oder wir gönnen uns dann auch einen gequillten, geräucherten Lachs. Und dann zwei Stunden später, trinken wir mal ein Cappuccino und essen eine Waffel. Und dann mitzurechnen, wie viel Geld hast du noch. Gut, der Uwe hat natürlich auch Geld dabei. Aber dann kaufe ich mir Blumen. Und ich bin ja auch so ein Blumen-Junkie. Und das ist wirklich krass, dass man dann fünfmal überlegt, brauche ich das oder brauche ich das nicht. Das tut mir aber so gut. Das merke ich jedes Mal. Und ich habe tatsächlich beim Weihnachtsmarkt dann in Laubach wieder Bargeld mitgenommen und die Scheck hatte zu Hause gelassen. Weil sonst gebe ich so viel Geld aus. Und das ist tatsächlich so diese Frage, brauche ich es oder nicht. Manchmal, es gibt ja auch den Spruch, haben ist besser als brauchen. Ja, den gibt es. Und dennoch gibt es natürlich auch genug Käufe, wo später dann die Reue eintritt. Dann kommst du nachher und denkst, eigentlich habe ich sowas ja schon. Und ich meine gut, wenn genug Geld da ist, dann kann man sich diese Freude ja auch gönnen. Für andere, wo es wirklich dann schon ein bisschen knapper ist. Oder wo man halt auch bestimmte Ziele verfolgt. Da wäre es dann halt schon schön, vorher zu rechnen. Und ich kann ja rechnen. Ich kann ja sagen, okay, ich brauche ungefähr für meinen Cappuccino und für den Eintritt und für diesen, und für das brauche ich schon mal ungefähr so und so viel Geld. Oftmals steht das ja auch schon, kann man das im Vorfeld schon recherchieren. Also zumindest was den Eintritt angeht und das andere überschlagen. Und dann kann ich auch sagen, okay, in meinem Budget, was ich jetzt einfach so ausgeben will, für das, was mich so jetzt erfreut, ich weiß noch nicht, was es ist, das sind dann mehr als 50, 80, 100, 150, will ich nicht dafür ausgeben. Und dann kann ich mir da auch wirklich eine Herzensfreude machen. Ich sage, das ist so schön, das kaufe ich mir jetzt, ob ich es brauche oder nicht. Denn manche Dinge erfüllen einfach das Herz. Ja. Du brauchst es nicht unbedingt. Und trotzdem immer wieder, wenn ich daran vorbeigehe, also ich habe auch so ein paar Stücke im Garten oder im Haus, da weiß ich heute noch, wo ich es vor vielen Jahren gekauft habe, auch an einem bestimmten Ort, zu einem besonderen Zeitpunkt. Und das erfreut mich jedes Mal. Und dann ist es aber auch schön, wenn ich mir kreiere, dass ich für sowas auch ein Budget habe. Also wenn ich vorher schon zum Beispiel auch sowas spare, wenn ich weiß, okay, das ist jetzt für die Erfüllung meiner Gartenfreude oder wie auch immer. Und mir wirklich das Geld schon so einteile, dass ich sage, auch dafür ist ein Budget, wenn es noch so klein ist. Ja, das muss man sich ja auch. Das muss auch sein. Ja, und man kann ja auch damit beginnen. Also nicht jeder kann dann gleich sagen, okay, da kommen jetzt gleich 100 oder 200 oder 500 Euro rein, sondern man kann auch mit ganz kleinen Budgets beginnen. Da kommt jetzt erst mal nur 5 Euro oder 10 Euro in diese Tasche rein. Aber der Anfang ist gemacht. Und das ist mein Ziel. Und dann arbeite ich daran, wie könnte ich denn meine Ausgaben reduzieren oder meine Einnahmen erhöhen? Auch da mal hinzugucken, durch den Jobwechsel oder durch, ja, indem ich mal mit meinem Mann spreche, zu sagen, irgendwie lass uns doch mal gucken, wie wir das denn hier anders aufteilen könnten. Oder wie auch immer. Also ich werde auf jeden Fall, wenn ich mich damit befasse, kreativ und kann dann ganz anders darüber nachdenken. Und das ist einfach das Schöne. Man muss nur mal anfangen. Man muss anfangen, genau. Und das ist das Schwerste wahrscheinlich, zu sagen oder die Entscheidung zu treffen, okay, ich gehe jetzt den Schritt, das Gespräch hat mich jetzt so inspiriert, ich fange jetzt einfach mal an, ich gucke schon mal in meinem Portmanee, wie sieht es da überhaupt aus, wo sammle ich überhaupt, wo hebe ich überhaupt Geld auf. Liegt das zerknäult irgendwo rum oder ist das irgendwie versteckt im Portmanee? Was für ein Portmanee habe ich überhaupt? Und wie betrachte ich auch das Geld, sich den Geldschein einfach mal anzusehen, mal zu schauen? Geld ist auch Kunst. Also da hat sich jemand sehr viel Mühe gegeben, um das, was da drauf gemalt ist, drauf zu drucken. Also sich dieses Glitzern und Rascheln einfach mal anzuhören, was so ein Geldschein macht und das Geld halt wirklich auch mal wertzuschätzen, in Kontakt zu gehen, mit dem Fahrgeld. Ja, da lache ich mich jedes Mal kaputt, wenn irgendeine Show ist im Fernsehen, wo eine Frage ist, was ist für eine Farbe der und der Schein oder was ist da aufgedruckt auf der Münze? Weißt du, solche klassischen Fragen, bei Velvet Millionär kommen die auch manchmal oder da bin ich völlig weg, da bin ich raus. Ich weiß da überhaupt gar nichts. war Geld in der Tasche, aber ich muss das unbedingt öfters machen. Liebe Heike, wir haben fünf vor sieben. Oh, ich habe so gedacht, eine Stunde sollte reichen. Obwohl, plaudern könnte ich bestimmt noch mit dir weiter. Ich fand das wieder total klasse mit dir, liebe Heike. Hast du uns noch irgendwas mitzugeben? Deinen Coaching-Plan kannst du gerne posten und deine Links noch mal hier drunter. Das mache ich gerne. Wir können gerne noch mal so ein Video machen oder noch mal so live für deine Challenge. eine Challenge ist es ja. Ja, und wirklich noch mal eine herzliche Einladung an die Frauen, sich entweder selber einfach mal damit auseinanderzusetzen oder auch mal, ich biete an, so ein kostenloses Erstgespräch, wo man erst mal so eine halbe Stunde mit mir sprechen kann. Ja. Was kann ich leisten oder was leiste ich, was kostet das, oder wo ist so ein Thema, wo könnte ich begleiten, um einfach da reinzuschnuppern und dann kann Frau sich immer noch entscheiden, ist das jetzt, ist das was für sie, passen wir zusammen oder wie auch immer. Also wirklich den ersten Schritt aktiv anzugehen und tatsächlich die Entscheidung zu treffen, okay, ich kümmere mich mal um mein Geld, ich schaue mir das an, ich gehe in Kontakt mit meinem Geld und schaue mal, dass ich mir eine neue Geldzukunft erschaffe, wo ich Dinge verstehe, wo ich selber Dinge steuere und wo ich mein Geld beherrsche. Ich zeige jetzt zum Abschluss, gucke ich alles mal zwischendurch mal hin. Meine Stimme ist auch schon am Ende jetzt. Ich hole mal meinen Sparspein. Ja, macht das. Das will ich euch da auch mal zeigen. Ja. Dann wünschen wir einen schönen Feierabend. Machen wir Zuhörer und ihr könnt auch gerne noch Fragen stellen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder noch kommentieren, auch mal, wie euch das Interview hier gefallen hat oder das Gespräch oder wie man dazu sagt und guckt mal, was ich für ein schönes Sparspein. Oh, oh. Kann man es lesen? Das nächste Mal. Warte mal, die oberen noch nicht. Warte mal, muss ich hoch oder runter? Nein, ein bisschen runter und jetzt dreh es noch mal ein bisschen schräg. Aber das ist Zeitverzöger. Ja, ja. Für das nächste Mal auf Sylt. Ja, wundervoll. Genau. Hartig. Schön. Ja, genau. Schöne Idee. Ja, das hat mir tatsächlich, das habe ich auch von irgendeinem Markt, das ist, das habe ich so anfertigen lassen. Da konnte man diese weißen Schweine eben kaufen und dann habe ich gesagt, und manche haben dann ihren Namen drauf geschrieben oder irgendwas, aber ich wollte so eine, und es rappelt auch. Ja, das ist gut. Da ist was drin. Sehr gut. Nur ein bisschen. Die Scheine klappern ja nicht. Nee, genau. Ha, ha, ha. Ja, und nur die kleinen Münzen reichen ja für Sylt auch nicht, da braucht man ja dann schon auch ein paar Beine dabei. Ja, nee, 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 das haben wir jetzt nicht, dieses Klischee. Ich habe Freunde gehabt, die waren am Gardasee im Urlaub, die haben mehr bezahlt für das Apartment wie wir, und die Brötchen waren auch teurer als auf Sylt. Nee, so meinte ich das jetzt nicht, aber nur mit Münzgeld kommst du auf Sylt halt dann trotzdem nicht klar. Aber ich weiß, wir waren auch schon auf Sylt und da muss man jetzt nicht, nee, nee, das ist schon, man kann da auch anders unterkommen, ja. Da brauchst du nur mit der Scheckkarte rumzulaufen. Da kannst du überall mit der Scheckkarte, das ist klar. Nee, aber wir sind immer unten in Hörnum, daher ist das natürlich eine Insel und ein Urlaubsort, das ist überall so teurer, dann teurer, aber ich bin nicht in Kampen. Dafür reicht es noch nicht. Ja, die Frage ist auch, muss man das haben? Nee, muss ich auch nicht haben. Ich bin ganz unten immer auf der Insel, da wo nichts ist, wo nichts los ist. Da werden um acht Uhr die Bürgerstrecke hochgetrappt. So, meine liebe Heike, ich bedanke mich, es hat mir wieder riesen Spaß gemacht, mich mit dir zu unterhalten und ich finde das auch immer so klasse, du bist auch so unkompliziert, wir brauchen da keine großartigen Vorgespräche, wir kommen einfach in den Flow rein und du bist auch einfach großartig, will ich dir mal sagen. Oh, ich danke dir. Ja, doch, das macht einfach einen Heidenspaß und ich hoffe, wir werden das natürlich noch wiederholen, nochmal, und ja, und auch auf meiner blauen Couch wieder, da wollten wir ja eigentlich sitzen, aber ich habe wegen meiner ein bisschen Erkältung da noch abgesagt. Lieber Heike, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Wir sehen uns vielleicht Donnerstag in Live. Danke, genau. Ich kenne Heike auch vom Unternehmerinnen-Netzwerk in Marburg und da gibt es auch immer mal so Treffs in Marburg, wo man sich dann live sieht, das ist das Schöne. und ja, einfach alles gut. Ja, super, schön. Ja, alles klar, lieber Heike. Einen schönen Abend euch auch allen, die zugeguckt haben. Vielen Dank. Wenn irgendwas ist, meldet euch morgen früh. Um 10 Uhr bin ich wieder live mit dem Thema Küchen und Küchen, keine Chemie in der Küche. Auch ein wichtiges Thema, gerade in der Küche sollte man auf chemische Reinigungsmittel und schon gar nicht rumsprühen, wie bekloppt und da sauber machen, weil da ja Lebensmittel sind, ja. Und so gelangen die Reiniger auch in unser Körper über Lebensmittel oder über Arbeitsflächen, die wir vielleicht mit dem falschen Reiniger geputzt haben. Und da will ich morgen nochmal einen Impuls geben. Morgen um 10 Uhr und morgen Abend, warte mal, lass mich nichts Verkehrtes sagen, morgen Abend, will ich schon mal ankündigen, rede ich morgen Abend schon über Sex? Was? Über Sex? Über Sex, über S-E-X. Oh, wow. Oder ist morgen, wer ist denn morgen dran? Oh Mann, ich habe einen Überblick verloren. Jetzt schimpft mich wieder Johanna. Warte, einen Moment, ich will jetzt nichts Verkehrtes sagen. Morning Talks, Morning Talks, Morning Talks. Hallo? Ja, morgen Abend um 18 Uhr, die liebe Birgit Faschinger-Reizerm, meine Trautgängerin, nenne ich, heißt sie, oder nennst sie sich ja auch. Ich weiß nicht, Heike, hast du dich schon mal angeguckt, die Webseite von der Birgit? Die hat ja ganz tolle Themen. Ich glaube, im Letten, die ist auch immer schon jedes Jahr bei mir dabei. Und sie hat sich ausbilden, sie hat sich ausbilden lassen als Sexcoach. Ah, okay. Ja, und da bin ich ja mal so gespannt. Ja. Da wollen wir morgen einfach mal drüber reden. Sex statt Frust. Cool. So was. Ja. Klasse, gern. Ja. Und es wird bestimmt lustig, ihr Lieben, dass morgen Abend 18 Uhr wieder, oder es wird ja auch alles aufgezeichnet. Ja. So, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bleibt schön putzmunter. Ja, Dankeschön. Tschüss. 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 Tschüss.